Backstage mit Andi Wolter im Dusiker Stadion. Andi, herzliche Gratulation zum WM Limit. Wie sieht jetzt ein Abend aus, nachdem an ein WM Limit gelaufen ist? Was macht man da? Ja, wie schaut ein Abend aus, was ich bis jetzt gemacht habe? Auslaufen, duschen gehen, sollte man mal als erstes machen. Aber grundsätzlich ist es so, ja, es gibt die Optionen, wenn man ganz gut hat, kann man als Sieger ist Feiermach und sich ansaufen, wenn man ganz schlecht war, kann man Frustsaufen gehen. Bei mir ist halt so, meine Leistung war nicht überragend, auch nicht ganz vor Haut. Von dem her wird es gar nichts werden, also ich werde mich nur einmal heute in die Federn hauen, vorher gescheit was essen, dann muss ich weiter trainieren, dass man das nächste Mal leider von den zwei Optionen offen steht. Ich habe gerade vorhin meinen Arne Gabius telefoniert, er hat gesagt, er hätte dich heute locker geschlagen. Wie konntest du diese Antwort? Ja, das ist halt ein schnelles Rennen gewesen, wo man hinten auskicken muss und der Arne Gabius ist ja für seine Schnelligkeit bekannt, von dem her hätte er mir wahrscheinlich auch endlich schon ordentlich gegeben. Aber, ja, was soll ich sagen, einen genauen Bericht wird es dann eh geben auf meiner Homepage Andreasfreuter.at, also ohnehin bestreiche natürlich. Gut, Andi, danke fürs Interview. Danke. Danke. Danke.